Wir sind mit deinem Tor zusammen. Wir haben... Oder ist mein Tor? Dein Tor? Ja. Ist dein Tor? Ja. Wie heißt du? Wie heißt du? Hm? Ähm... Marzel, Marzel. Marzel. Genau. Komm, mach zu mir Ball. Übrigens, er kann gut, wow, Fußball spielen. Ne? Er kann gut Fußball spielen. Draußen ist es besser. Wie alt bist du denn? Vier. Genau. Wollt ihr mehr über meinen kleinen Cousin Jesus, dann gebt mir einen Daumen hoch. Vergiss nicht, in die Kommentare zu schreiben und vergiss nicht zu abonnieren. Gebt uns einen Daumen nach... Und wenn... Genau. Tschüss. Tschüss.